Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist denn deine Meinung dazu? Meine Meinung ist, dass meine Kamera immer anzeigt objektiv Fehler. Demnach brauche ich auch mal wieder Ersatz. Und jetzt hier links, links, links! Ich muss eigentlich morgen wieder früh, deshalb brauche ich das Video eigentlich, wenn wir hier gewinnen, heute noch fertig machen. Schön! Vielen Dank! letzte Saison hatte. Den hat er auch gemacht heute. Ja. Aber so diese Abpralle, dass er da dann auch sich den gleich vorlegt. Ein schöner Gottag für 360 Kísarar. Ein schöner Gottag für die Szene. Ein herzliches Dankeschön. Vielen Dank.